Kimimoto sagt Hello and welcome to troll The Meta to the F.E.A. Touring Ramilherd Land live Wow Ja geil Ich kann Discord für mich die Begrüßung machen lassen Nice Weiß Na klar, Rammelherd hat man nicht so gut verstanden Vielleicht spielst du das in Slow-Mo ab oder so Slow-Mo Einmal ganz schnell und dann in Slow-Mo Slow-Mo Hallo Alle Minutes die geshared werden bekommst du, alle anderen werden mir Deren Knam Knensch ist Afka übrigens Also warten wir mal noch ein bisschen So jetzt gehst du bitte dein Stun Habe ich schon Ups Nice, was hast du gemacht? Ich bin auf die Mini geshared Ich bin auf die Mini geshared und hab ihn nicht striped Ähm Nein, nicht du Also ich bin Habe den Hacker und den Relekten fast getötet Wollte dann den letzten Outtack machen Bin weg geflasht von ihm und das war's Hört sich drauf an Hört sich drauf an Also ich bin in die falsche Gestücke geflasht Stun ihn mal Nicht so nah am Town Jetzt bist du schon klar Und share den Für uns Für uns Minion Minion Geil Arschloch Stun Warte ich lange noch dran Stun Stun Okay Oh Gott Oh man Du hast gesagt Stun Oh lord Oh wo kommt er denn jetzt her ey Jetzt geben wir ihm Warte Warte Nice Leute ist weg Leute Oh Mach das nicht Doch Oh Ich hasse dich Oh man Ich hab gedacht wir töten ihn doch Warum machst du nicht so was Ich hab gedacht wir töten ihn doch Ich hab gedacht wir töten ihn Ich glaub ich nicht im Schein werden wir hier niemand machen Außer wenn ich mein Schild Ich hab sogar einen Schild abgeblockt Ich bau mal das Support Item ein aus Warte ich vor So und danach kaufst du dich nochmal auf Arschloch Kaufst du dich nochmal auf Arschloch Oh Oh Ich hasse dich Tobi Was denn? Der hat das Wegen dir hat er jetzt zwei Kills und einen Double Buff Achso Ach wow Es fällt dir mal vor Achso nur das Achso nur das Ach man Auf der Stelle Ich glaub das wird dir früher aufgefallen Ich find Malfall ganz witzig seine W Er klatscht sie einfach zusammen So richtig einfach so Achso Das ist ein Slap Attack Okay Einmal Klatsch Klar Und noch einmal Ich will den Double Buff zurückhaben Ich will den Double Buff zurückhaben Ich will den Double Buff zurückhaben Da Boah Oh fuck wie wir kassieren alter Ich will den Double Buff zurück 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 Ja We are dead Eigentlich hast du die Passiv Hier ist Back und Kauf mir so Rated Dirk Ich komm mal top 3 Warte Du kannst Diven? Alles klar Oh oh Diven hat sich nicht gut an Nein Tritt Sag ja Tragisch Das hat sich sehr erotisch angehört Hm Tragisch Wart man noch Black Leaver aus? Kann ich hören? Ja ne? Bestimmt Gut Er hat sich super süßig angehört Ich will den nur rank it und ich hab über den Monat nicht gerankt Das ist gut Aber hier Jumus bestimmt auch cool oder die neue Duskblade oder die neue Duskblade Also irgendwie ist alles zu ruhig ey Alle konzentriert Ja ich wollte alle try hard Bam Nice Nice Old E an Ich will den Windbender Ich bin Ali Okay Okay Ich wollte sie nur verwirren Oha Der hat ja gerade das Mikrofon geblasen Oh Leute Das war Basel der Bläser Oh Ich kenne meinen Weg Ich kenne meinen Weg Wann hast du Flash Tobi? Reichen Sekunden Geil Komm wir pushen erst und dann diben wir den einfach weg Mit Flash Again Nicht unbedingt Doch mit Flash Jetzt geht doch ran Jaaaa Ohne Flash? Das kann nicht Deine Minions Stumpf ist wenn jetzt der Rintam irgendwie mal wieder käme Oh der ist ja schön Jaa deren principal ist nicht da Der würd und der würde uns komplett negieren Der frisst den Gin und fertig Und ihn could punt die .warz Ach U meu Wir meinen dassните jetzt wieder ne Grab Praxs میں Nja Was vorher nicht sagste Wir machen also Ich outfarm sie so hart. Das ist egal. Oh fuck. 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 Oh. Oh fuck. Wie viele Schüsse hat man mit der Ulti? Vier. Ich dachte mal drei. Scheiße. Oh. Mit der. Oh lol. Wie oft will der mich noch stunnen, alter. Alles klar, dann gehe ich auf das Blech. Die machen Dragon oder übrigens. Der Ulti rein. Ja, easy. Nein, bitte Ulti da nicht rein. Ulti da rein, bitte mach es. Hallo. Das Ding ist hier komplett aus dem Planer. Oh. Ich muss Autotext machen, Anni. Mein Gott. Du hast erst mal zwei Ultis gemacht. Wesen und Q-Spill bevor du einen Autotext gemacht hast. Ich hab gewartet, dass Pantheon runterkommt. Du kannst trotzdem kiten. Der finde ich doch nicht meine Ulti. Ja, aber mit Autotext. Komm mit Topelane. Er ist weg, Anni. Wow. Roll. Das ist aber so. Wow, voll drauf. Oh, das ist so schön. Können wir in die Rennette diven? Ja, können wir. Aber ich glaub, du hast die Arme dabei. Ich hab jetzt Rage played. Oh. Oh. Feathered on Rage played, Alter. Ja, okay. Matsch. Matsch. Troll. Pase. Ja. Ich muss halt auch erst mal Damage machen. Mach dich schon wieder unbeliebt. Hä, das ist aber schon. Achja. Fick. Herzchen. Mach mal dein Herz bitte. Ich kann das grad nicht machen. Wenn ich mit dem Jero ich meine Aufnahme hab. Nein! Nein! Oh, das klingt elendig. Oh. Wenn sie denn einen E-Spell nicht gemacht hätte. Meine IQ wäre abgewiesen. Ich wäre Ripp. Äh, weg. Ich wäre Ripp. Ich wäre Ripp. Ehehe. Andi, ich hab das Gefühl, ich ist tot. Ah. Andi, wir kennen jetzt die Teile. Das funktioniert. Wir läuft irgendwie alles in die falsche Richtung hier. Jetzt kommt mal wieder Botlane. Nein! Scher. Musst du scheren. Scher. Du sollst nicht wir scheren. Nee, will ich nicht. Das, das klingt irgendwie, als wären wir Lesben. Ehehe. 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 Wie bist du jetzt zu der Erkenntnis gekommen? Du sollst mit mir scheren. Wir töten. Hahaha. Versteh ich nicht. Oh, Mann. Spät. Oh, oh. Ich hab Ult. Oh, Mann. Warum bist du nicht Volker als Botlane? Komm, ich bist in der Mitte. Entscheide dich mal. Ja. Du wirst. Rageblade. Ult ihn. Ich will wirklich... Oh, fuck. Geil Ult. Ah, fuck. Ich, äh... Oh, nice. Nice. Ehehe. Ehehe. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht saven. Ja. Er kommt straight auf die Schuhe gelaufen und daneben geworfen. Nein! So, wir den Platini spielen. Ehehe. Immer mich nicht auf. Haha. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du drückst mir 5 E-Spells rein, ey. Schlampe. Oh, ich hatte keinen. Okay. Ich hab halt Üblok auf Döner bekommen. Ist das für Mana übrig, sagst du? Ja. Auf Döner, ja? Ja. Oh, fuck! I'm out, Udyr. Hast du euch? Wet Flag. Ich nehm's jetzt ja. Ah, fuck! Er will immer noch chasen. Aaaaah! Ich hab kein Mana, sorry. Und kein Flayers. Adi, Adi. Geh nicht weg, geh nicht weg, geh nicht weg, geh nicht weg. Doch, ich geh weg. Du kannst nicht heilen. Ey, du bist weg. Egal. Ich brauch halt nicht mal Schuhe. Warte kurz, Tobi. Warte mal da drin. Okay. Ich komm dazu und dann warten wir gemeinsam. Ist der Red überhaupt ab? Vorsichtig. Vorsichtig. Da bin ich voll reingeflogen, da will ich nicht hingehen. Jaja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Aber warte. Stun ihn. Stun ihn! Geh ran und stun ihn! Hm. Stumpf. Okay, warte. Hast du Flash? Äh, ne. Egal, dann lauf einfach im Turm. Warte? Warte, war da grad jemand? Ja, da warte ich zu feiern. Bin drinne! Ja. Ja, aber wir haben einen. Einen haben wir. Scheiße. Ah, RIP. Will ihm die Double Kill? Jaaa. 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 Jaaa schon. Oh, da ist ne Renekton und ich bin, ja, RIP. RIP. Jaaa. Warum spiel ich LOL überhaupt noch? Das ist die Frage. Fragen über Fragen, keine Antworten. Auf einen Hack dauern wir zu sterben. das war knapp asiat ghost natürlich mach was stun ihn nochmal stun ihn nochmal mach was irgendwas nein jetzt mal nicht der nächste sofort wieder abgebrochen ja ich dachte der eine eh reich komm wir gehen scheren nein wir gehen scheren wir gehen scheren nimm den und den und den und jetzt gibt mir auch was du hast einen minion gestunnt und dann einfach ulti gedrückt in den feinden was ist denn mit dir vielleicht habe ich meine finger nicht auf kuw hergelegen gehabt sondern auf wrt vielleicht mann ich komme aus london wieder die engländer spinn da das abgefärbt ach so ok ich habe immer noch englisches kleingeld hier liegen Pfund was viel zu viel wert ist komm wir gehen jetzt zum du kriegst dann scheißmonster für 1,30€ was kriegst du da ein monster für 1,30€ also ein energy drink das ist ein schnapper ja ein Pfund kostet die scheiße da also eigentlich ein Pfund ist doch geil ja ich durfte dich aber leider nicht durch die Zoll mitnehmen haben sie mich äh aufgenommen die Arschlöcher hätte ich instant ausgetrunken ja gut so 20 Dosen energy drink man nicht mal eben so aus du hattest 20 Dosen mit im Koffer du hast dir 20 Dosen gekauft und durftest die nicht behalten was du musst da ich glaube du musst da rein flashen siehst du das siehst du die Appartierung du musst da rein das ist eine schlechte Old gut hi guys oh blub das war so unglaublich schlecht gespielt lass drag machen ja das ist so ein Schrecker das ist eine Frage der Ehre ähh ähh Pase warum trollst du eigentlich so sehr was denn ich try hard da oben Ich spiele AP drin. Geht so. Ja, die Items kommen halt noch. Oh, kann ich den haben? Scheiße. Das war nicht ganz in range. Boah alter. Bam, Attack Speed. Das gibt einen passive Attack Speed. Ich muss das gar nicht droppen für mehr Attack Speed. Oh Gott, das war knapp. Ich war fast tot. Deswegen die Bitte, dass wir gegen einen AF Kader spielen müssen. Ja, es ist tatsächlich echt scheiße. Aber wir gewinnen. Nur der Sieg zählt. Genau, ja. Wir gewinnen nie Träume in den Rädern. Und wenn Voraussetzungen ein 4v5 ist, um zu gewinnen, dann ist das okay. Ist das scheißegal. Lendenl ist weg. Das ist 4v4. Jetzt bist du wieder auf der Botland, Tobi. Ja. Ich glaube, ich bin erst mal dick gegen Renekton gleich. Wolltest du nicht AP Melfall spielen? Hallo, Lenya. Ich glaube, sie leuchtet jetzt immer hinterher. Oh, die Botline. Bin ich uncool. Ich will nichts sagen, aber ich habe hier gerade hier... Ich bin über die Wand gehnert und habe damit ihr den großen Geist gesteert. Dann ist die Stechge blieb. Ah. Dann Lenya ist jetzt dein Steini. Ich glaube, sie ist mad. Passt, ich passe nur auf dich auf. Oh, das kann sehr creepy sein. Lenya, du bist Rib. Ich werfe mich davor. Ich hätte das auch nicht mehr abbekommen. Haltest du wohl. Nein. Komm doch schneller runter, bitte. Ich kann doch nicht schneller runterkommen, wenn wir euch das machen. Du musst erst beheben. Dass es abbricht, meinst du? Mach das bitte nicht. Das ist irgendwie komisch. Tschüss. Oh, ich kam mit hergeflogen. Seht euch den Troll an. Schaut für sehr Troll. Wir müssen ja irgendwie gewinnen. Ja, wir gehen drinnen, wenn man dauerhaft Toplane ist. Splitbushen, abwinken, kein bisschen Troll und ein Afkala. Die sind zu viel jetzt. Ja, genau. Deswegen ja. Lasst uns vorrücken. Guckt ihn euch an. Und der schafft es nicht. Oh Gott, der WSB. What? Stirb. Ganz ehrlich. Achso, okay. Was denn? Naja. Hast du ihn grad nicht verstanden, oder? Ne, fragwürdig. Der E-Speak kannst du flashen. Also, die Animation wird zwar gecancelt, aber der E-Speak Schaden kommt durch. Wo du hinflasht. Wow. Ja, ein langjähriger Trinderwert. Mal abgesehen davon, dass du das auf einer Range gemacht hast, auf der du auch dein E-Full-Range einfach getroffen hast. Nein, hätte ich nicht. Aha. Deswegen bin ich ja geflasht. Ähm. Hier sind zwei Leute in unserem Jungle. Ah, das war keine gute Idee. Tschüss, Benno. Tschüss, 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 tschüss. Da war was. Das kann ich auch. Das will ich nicht. Nein! Wow! Ein Flash und zwei Ultis für Rennington. Die Leiche kann springen. Scheiße, mein Keller liegt bei euch. Hallo, Gamer. Das geht nicht. Oh. Ja, genau. Ich höre mich auch genauso an. Genaau so wie die beiden. Hehehe. Hehehe. Swagflag. Nein. Okay, gehen wir einfach Nashua und... Ups. Fertig. Ups. Warum hat das so viele Leben? Mh. Mh. Passofiedet. Sah nicht. Oh, da will ich mitmachen. Da will ich mitmachen! Bäm! Will nicht mehr. Hehehe. Aber meine Ulti hat beide gedamaged jetzt. Geiler. Geiler Buff. Ich konnte es tatsächlich noch nicht einmal toll nutzen, dass man eine Ulti hat. Oh Gott. Oh Gott. Du bist so doof. Oh. Hierzu die puta la concha. Wow. Er beleidigt uns einfach. Tja. Tja. Damit hat er nicht gerechnet. Kannst du Spanisch? Lies doch mal was er geschrieben hat. Cojones Muigranden. Warum? Hilfe! Er kann das Spanisch! Wow. Du hast Muig übrigens falsch geschrieben. Muig wird mit Y geschrieben. Wie? Das stimmt gar nicht. So wird das geschrieben. Das wird so. Nein. Das wird so. Wird es nicht. Das hätten wir doch irgendwann mal irgendein Spanier gesagt. Grandes. Ich bin RIP. Grandes gibt es gar nicht mal. Ich bin mir gar nicht sicher. Du hast keine Ahnung. Doch. Ich habe Spanisch seit über einem halben Jahr. Und habe fünf. Ja. Wow. Und ich hatte fünf Jahre Französisch. Und kann sagen. Je m'appelle Bent. Dein Name ist Bent? Und. Und. Dein Baguette avec le Fromage dans mes Pantalon. Ja. Und ich kann Ribéry sagen. Jetzt hat alles sich gegeben. Jo. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Und Baguette. Das war auch schon in meinem Satz drin. Und Berlusconi. Ne, muss mal der weiße Nähe nach. Oh, Kollege. Kollege. Hier. Ja. Ich glaube es hackt. Okay. Entschuldigung. Der Rabe kommt noch mit dir hergeflogen. Mann. Giveses. 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 Drinnen haben wir erst einen fucking broken champ. Ohne Witz. Sollst du dir Gunblade? Boah. 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 Da warst du. Da warst du aber geduldig mit deiner Ultipase. Ja. Bisschen. Oh. Ich war nicht. Oh. Boah. Boah. Komm der Dunk. Wien. Endlich hat er sich bezahlt gemacht. Na gut. Dann würde ich sagen. Äh. Wir finishen mal möglichst zeitig. Aber ich will doch so nie als Penno. Ne. Das ist bisschen lame wenn die tatsächlich. Äh. Nur zu viel tun. Wollt völlig verblicken. Wollt völlig verblicken. Hm. Hm. Ist doof. Komm wir töten noch. Timecatch. Kampfer. Er ist da. Kannst du töten. Und los. Weißt du dass wir an ihm keinen Schaden machen können? Ach egal. Hehehe. Kannst du mich noch mit? Oh ja. Alter hört auf. Yes. Bin alleine. Hol sie. Hol sie. Passe. Passe. Alles klar. Weepot ist raus. Ich hoffe du stirbst super auch noch. Guck dir das an also. Er finischt einfach jetzt. Und fang jetzt. Nö er kassiert. Ah. Wow. Das ist neu. Alter. Na kann auch keiner mit 900 Q-Spill Heilung rechnen ne. Na gut. Na was 900? Ja. AP Tankton. Please. Was ist daran jetzt Tank? Dein Spirit Visage. Ja und mein Sonias. Und das W-Seite was kommt. Auf die Schuhe. Ja. Sonias ist ein Tank-Item auf jeden Fall. Ja ist es. Mhm. Ich wollte grad sagen. Ich kauf mir das auch immer auf Tanks. Wie Maokai. Oder. Sag. Aus wann schlechtes Beispiel läuft. Den kauf ich mir das wirklich. Ja siehst du. Ja aber ich spiel sie denn auf AP. Okay. Mach selbst Parse. AP Tank-Item. What the fuck. Wow jetzt kommt der Pateon back so. Ah jetzt kommt der Pateon back so. Ah jetzt kommt der Pateon rip. Ähm. Mit Ulti absterbt doch ne. Also. Hätt ich mo- hä gar- LOL. Ah so stimmt. Warte wirklich ab. Er ist ein sehr schlechter. Äh. Trinder. Ähm. Ja wie viel verdient das jetzt? Macht ihr denn? Wir sterben. Wir haben einen Backdoor. Okay. Okay. Okay Achtung. Zwei von euch. Bell und die sehen dich. Oh. 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 Oh lol. Du willst es? Ähm. Ich wollte nicht dass es so weit kommt hin. 700. Oha. Du hast mich dazu gezwungen. Du hast mich dazu gezwungen. Vergewaltigte Lesber. Du hast mich dazu gezwungen. Miii. Vergewaltigte Lesber. Noll. eine frage der ehre kimi muto sagt parze ist a fuze king truja fuze king kannst du nicht tryhard sagen fucking disco hat machst du jetzt noch mal Ja. Das ist Level 18. Oh, hier ist Null. Oh, diesmal hat das. Ah, jetzt doch nicht. Lustig, dass du genau auf eine Falle gesprungen bist. Ja, das ist ein bisschen dumm. Ich verstehe nicht, dass ich hier bin. Nein, oh, mhm. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Oh, leil. Oh, leil. Hier. Okay. Jetzt geh ich back dann, okay? Okay. Ja, okay, die lass mich durchlaufen. Okay. Wir halten hier auf. Du gibst mir den Kill. Was? Warum bist du gestunnt? Oh. Ja, na, oh. Oh, lol. Warte, warte, warte. Scheiße. Frage ist jetzt, warum wurdest du gestunnt? Hm, Ranniken hatte mich anscheinend einmal nach Auto attackt, bevor der W-Sball getroffen hat von Djinn. Und das ist natürlich doof, wenn ich, wenn ich Ranniken einsperren will in meine Ulti, dann rausflash und der diced einfach hinterher. Ah, tragisch. Eine Frage. Ich mag deine Ultis nicht. Oh Gott. Der Djinn macht aber auch echt zu viel Geld. Please. Please. Jetzt kommt wieder Pantheon. Vielleicht schaffst du es jetzt zum Beinem. Vierter Versuch. Oh, Ennibus ab. Scheiße. Hätte ich gern gesehen den Vierter Versuch. Hätte ich gern gesehen den Vierter Versuch. Ach klar. Oh, cool. Alter, du bist der Witz. Oh Gott. Ich will seit drei Minuten versuchen am Vierter Versuch. Was erwartest du? Na ja, dass wir gewinnen. Nicht mit mir haben wir vorhin. Er ist der Counter-Try-Harder. Die muss man irgendwie ausgleichen. Lass uns vorrücken. Kumpeln wir halt gerne. Okay, jetzt Ulti. Ulti auf den. Ja. Warum nicht? Hoda. Jetzt hol dir den Inhib. Du bist tot. Ich bin im Jungle. River. River. Hörst du mir nicht zu, oder was? Hörst du. Hörst du. Oh dir. Okay. So und jetzt pushen wir. Raiden hätte sich auch einfach umdrehen können und Ben ulti. Ja. Das ist so schwer. Bad Bait. Da siehst du, hast du gut gemacht Tobi. Ich hab deinen Plan einfach nicht durchschaut. Oh dir. Oh dir. Heya! Ey, hier ist Nudia! Wieso bleib ich stehen? Haha! Ich bin verarscht! I'm Jarvan, I'm helping! Schön! Oh, nee! Oh, nein! Sei froh, dass ich den Charme aus und feste getroffen habe! Der Udi ist nicht so schlecht! Wir brauchen In-Hips, Leute! Oh, nee! Nee, der ist ja eh, der Boy! Mach noch Top-Turm! Okay, mach Renekon! Scheiß drauf! Ich drück nichts, ich drück nichts! Ich warte, bis er selber kommt! Mach einmal Rechtsklick auf ihn! Und dann guck, was passiert! Warten wir ab, was passiert! Wieso greife ich den Nexus an? Komm, man ist richtig kill! Echt? Der... Nein! Nein! Ich hab es nicht machen können, ey! Nein! Nein! Ich hab es nicht, Leute! Das Ulti! Ja, ich weiß! Das hätte man drücken können! Ja, ich weiß! Das hätte man drücken können! Tausend! Wow! Oh, das war schön! Kommt jetzt wieder der Pantheon weg, so! Okay! Oh mein Gott, war das stumpf! Du schaffst es eh nicht! Wow! Wow! Wow, ich hasse! Mach nicht! Mach nicht! Ah! Da geht in die Base! Wow! 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 Okay! Jetzt kannst du! Okay! Nee, jetzt bin ich tot! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich backdog! Cool! Dreier Boots! Wohin' letzte Seite! Hey, Anni, hattest du nicht mal mehr Kicks? Nö! Wir werden alle geklaut! Wir haben weggenommen! Das war im letzten Game, als die Mundo war! Da hat's auch nur 5 gehabt! Ja! Und dafür nämlich 12 es ist! Und, und 0 es ist! Komm zu mir! Du leidest! Rechtsklick! Ich drück nichts! Warte kurz! Heal! Fuck off! Kannst mich nicht treffen, Jin! Oh mein Gott, der hat mich getroffen! Ich bin tot! Und? Alec, mach deinen Q-Spiel dich! Wer weiß, wie schnell ich! So, jetzt! Your time to shine, Tobi! Jaaaa! Ulte rein! Oh, nur ulte, nur du Spaß! Hallo, ultest du mal? Achso, ich war wieder auf T. Und? 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 Ich bin scheiße! Egal! Egal! Wir nehmen ihn und stecken ihn in unserer Tasche! Sagen wir mal, das war ein Unentschieden! Und? Und nächstes? Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Wchufeinort war's! Ne? T Ware out! Sagen auf keine Klim! Reguliert euch hier! Na eine limitierstãy headaches! Ich fühle mich nach Rot! Je fühle mich occasionally das schauen! Vielen Dank.